und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Ruby Folge 199 und heute machen wir noch mal die Zerschrottung Jetzt wissen wir, wir müssen ja mit dem Schockdinger arbeiten Verneuys Verneuys Ich finde toll, dass man für jeden dann Ruf bekommt, äh, Ruf, äh, Erfahrung bekommt. Ich habe das Gefühl, die kommen schnell aus, das letzte Mal. Wettbewerbsziel. Und da muss ich mal 20% haben. Und da muss ich da. Ich habe da, weil ich das nicht so gut bin. oh nein verdammt auf ein drittes verschrottung dritte aber so ist das manchmal, manchmal geht das super und dann geht das nicht super wir hätten erst die ganzen Aids töten müssen und uns nicht so konzentrieren müssen auf den Roboter oder teufelsicher oh man Kaffee nachgießen spannendes Zeug hier zum Glück sind wir jetzt nach Delfeld etwas schneller unterwegs mit dem Tod hier mit dem Irrwicht so ach da war nicht tot ok da pimpen wir uns mal ein bisschen sehr schön sehr schön und komm hm toll jetzt haben wir uns extra gepimpt wir müssen warten bis der wieder weg ist bis er quasi neu da ist weil gerade ist er entkommen das ist ja auch scheiße manchmal naja wird so blit bis wie das wahrscheinlich bis die Leichen da wachsen oder so könnte ich mir gut vorstellen ich habe schon das Gefühl wenn ich dann so oder wenn wir dann so verlangsamt sind wenn wir von irgendwas drauf scheiße wir haben eine Rudel an oder so aber nein alles cool boah die Färmerei ja immer ne vor allem die hier die komischen Siegne wir müssen immer 10 Stück sammeln kriegen wir Ruf ähnlich wie die Elefanten äh Dinger äh Stoßdänne und bei den Stoßdämmen brauchen wir nur 4 und so oder so und hier brauchen wir 10 und so ewig dauert das hier weil die ja nicht alle droppen even verdammte Tag hm 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 hmp ähm hat er wohl auch gedacht hm 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 das hat er wohl auch gedacht hm 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 so lang bleibe ich nicht im Eis keinen so da lang zehn stück kommen wir noch mal nach unserem freund gucken hier ich glaube er ist die spawnd ja funktioniert ok das kann los jetzt machen erst die ads so gut wie möglich weg versuch den dotter aufrecht zu halten ich hoffe das eigentlich funktionieren wieder ausgewichen ausgewichen ein schrott auf dem boden liegt ausgewichen ist klar so unglaublich ausgewicht ich glaube es nicht was soll man dazu sagen manchmal ein bisschen aufbauen Lassen wir uns da weiter, Abtasch-Automit wir es nicht vergessen. 20, 23, so. Das ist mir theoretisch ein kürziges Ziel. Hm, das verstehe ich nicht, ob ich da noch mehr brauche. Vielleicht muss ich das auf den da runden. Ein bisschen runter. 10% dann? Probieren wir gleich mal. Mach sie platt, mach sie platt. Ich darf nicht aufgeben. Ich habe die Grätschkeits hier. Grätschkeits hier. So. Ich weiß, dass wir die schon mal gemacht haben. Das ist falsch. Hm. Sehr seltsam. Fangen wir den doch nochmal. Das liegt an. Bleibt gut drauf. Teufelseschön. Schönen Tag auch. Okay, das ist wohl das mal. Ich bin voll vor der Seite. Ich bin voll vor der Seite. Ich bin sehr sehr süß. Ich leide mich dort natürlich. Ich bin sehr gut und da nicht. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. vielleicht muss man das zu Anfang machen quasi zu aktivieren könnte auch sein seltsame Kiste wir lassen die einfach mal drin und ja sagen gibt es irgendwann Tollfleischadiviert aber gehen wir jetzt erstmal Richtung Area 52 und geben vielleicht schon mal ein oder andere Quest ab können die A2 haben wir fertig hier wird eine Rolle und ein Hügel voller Astrala Tja das hat nicht so funktioniert wie sollte schnell Naja er hat dann nicht überlebt das ist die Hauptsache fand ich eben auch cool dass er überlebt hat ja ja da Agent so popp popp dann poppen schon die Fragezeichen auf ich weiß gar nicht ob es da was gibt ich glaub auch nicht mit wieder Rolle och hm hm und und los oh voll gequest mit mal mit 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 dem mit mit auf wieder Bis zum nächsten Mal.